mein demon hunter ungefähr so ja so lila ja ich wollte die tattoos nur aber auch noch rot machen eigentlich auf der brust aber irgendwie ist verkackt aber egal ich bin verdammt grün nein ich mag grün nicht ist übertrieben quatsch nähe wieder los fliegt man ich bin weggeflogen hast du auch nur zwei knöpfe ja und die fliegen knöpfe und so ein schissen drei knöpfe die geistersicht habe ich auch ne alter die geistersicht ich habe ein aufladeschlag und einen abladeschlag oder sowas und ich habe einen chaos schluss noch oh gott wie weit das bin ich jetzt cool alter wie ich instant gehen die mobs hand down das geht fix und dann double jump dann double jump und mega charge im dann im der place ist halt dann noch dem und tüten ja ich spiel den kann ich ja schon skillen und ich bin eh schon dem ist ja man kann aber tanks gehen und spät da kannst du es auswählen was du machen willst wenn du die metamorphosis verschaltest du kannst jetzt schon auch deinen tanks gehen ja aber wenn du kannst du erstmal nur einen metamorphosis die animationen sind mega awesome mit dem also ich ich spiel sowas von die man hatte er könnt mich alle machen fick wori fick ihn einfach hart den arsch aber wori ist der zweite chart in die hoflabiner also ich hatte echt viel spaß mit dem medihunter weil du so hammer viele bomben werfen kannst und schüssel weißt du noch nicht ob der am ende wirklich cool wird oder ob der mega potato ja das weiß ich ja auch nicht beim medihunter ja gut der könnte halt mega op werden der dk wie der dk oder er wird halt oder mega potato erstmal wie der monke mir ist es egal aber ganz ehrlich ich spiel nicht und wir spielen doch nicht im hardcore ich hab mich eine halbe palme alter was die leute naja also ich hab' kenne da so einen typen der hat rechsemeister gespielt das letzte addon und in die ganze Zeit rum geflaght also kein schaden noch ich hab mittlerweile und ich hab auch beim letzten addon gemerkt trotzdem obwohl der die letzte hinterwäldler klasse war in dem addon fucking weich trotzdem schaden platz zwei drei vier wenn die leute scheiße sind gut dann aktivieren wir mal das portal ok das ist hammer das langweilig ist ja der mädchen ja ist doch voll unnötig was? zwei lederklassen ist jetzt nicht so schlimm wenn hendrich ein und einer spielt noch drei lederklassen ist eh hammer watzne weil eh jeder sein personal loot hat ja wen interessieren das? waffen brauche eh keiner weil es keine waffen gibt ja also hammer egal man ja hauptsache wir sind gute spieler und wir werden den ja und der lederloot ist mittlerweile eh egal weil den jetzt auch heiler und damage stealer brauchen und caster ne du wirst eh sehen wenn wir die bewerbung schreiben nachher wir sind die kriegen doch nur Müllbewerbungen hast du ja gesehen was wir für bewerbungen kriegen wenn wir den in der bewerbung schreiben kriegen die erstmal eine bewerbung mit drei seiten wo wer so gegen wir waren und was für eine kranke scheiße wir schon gemacht haben in dem kackspiel hier ja 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 und dann sagen die alter so einen typen wie alex soll ich jemanden haben ja das ich werd eh in die bewerbung und ein Sternchen also zusatz oder sps und dann werd ich alex seine history in hotz und so weiter was der da auf die kacke regelt dann werd ich ihn noch FORWARTS ich hab vorhin mit mir auf einen neuen counter strike oh greifen die uns alle an ein bisschen angst wo geht's denn müssen wir den hinterher wir müssen nach da zu diesem komischen kackehaufen da vorne ja vielleicht wurde ein portal aktiviert hast du schon ne neue fähigkeit bekommen? ne ne ha kann ich auf so nen kacke misssteigen wuuu du musst dieses legion beginning nicht mehr machen dann mit dem verhindern der selbstverständlich oh das ist gut weil das haben wir behindert ja ok meine map wird nicht geladen das ist ein bisschen uncool aber ich glaub wir müssen da runterlaufen irgendwie ja meine map wird auch nicht geladen ist das ist das dich was man bekommt? ja das ist das mount das ist unser mount also meins immer nice warte mal jetzt warte mal du bist immer wege du bist ja hier unten ist irgendwo was ja ich mach doch bei uns ich hab ey opfern hast du du machst die bonus quest dann scheißt du auf die bonus quest achso man muss die ja nicht machen ne hab ich auch grad erst gesagt ja das hab ich jetzt erst gecheckt ich dachte wir müssen die machen ich hab's auch grad erst gecheckt ok was jetzt äh irgendwo hier runter echt so um die englische boah ich spiel aber nicht ihr könnt mich alle mal so am arsch lecken mit warrior und irgendwas und ich spiel auch die d keine ahnung juckt mich jetzt gar nicht mehr brauchen aber auch einen tank ja ich kann ja die innies und so spiel ich tank alter juckt mich nicht aber ich will auch ja im raid zink dich nicht mehr zu tanken ne darum geht's mir ja genau innies tank ich alter tank ich vielleicht weg find ich geil irgendwann will ich schon mal die idee machen aber weiß ich nicht von mir ist tank ich echt 99% ich will ich kriege so keys ja ich hab auch einen ich weiß alleine dieses doppelcharge man meh 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 ja das ist cool du spielst du kannst nicht auch die miteinander spielen dann muss haben wir dann sind wir drei Lederhaustits das ist schon ein bisschen ne ne hallo wir sind die Lederkrumm äh ja und ich mein wenn wir den Leder am printen würden wird's mich ja auch nicht jucken ne wir halt auch den Mungo aber ich glaub dann finden wir echt keinen ne wenn der OP wird dann auf jeden Fall den Mungenjäger benutzen die Portale ich denke mir dass die Leute die da schon so sind vielleicht auch Demon Hunter spielen wollen oder so nein Demon Hunter ist voll uncool den will keiner spielen ja das ist ne hammerleinweilige klasse ja die Umfrage auf Elmone Champions ich hab nicht so besonderes Licht muss mich ans Licht erinnern Tret in Frieden oh 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 kann man permanenten aufmauten oder war das nur so kurz permanent? ich hab hier in der Leiste hab ich den ganz rechts in der Leiste hab ich ihn bekommen nicht? ach doch ja da ja ich seh es auch gerade muss hier hinten irgendwas machen Streitkräfte der was auch immer ich weiss nicht was der von mir will ach doch hier drücken oder? ja wir sehen uns beim letzten Tor ok und noch ein befreit ne ist nur noch hier runter irgendwo hier unten muss ich so nen Name tüten ja warte ich komm ich komm ich mag dieses Giftgrün ey ich freu mich auf Demon Hunter darum geht's mir gar nicht mir gefällt das die Mobility bei dem Char gefällt mir ne hättest du auch morgen spielen können ne ne ich hab morgen gespielt bro ja dann kannst du zweimal fettrollen plus den mega charge machen das hat mir nicht so gefallen frag mich warum aber ich hab ihn doch gespielt das war mein zweites schon im fucking Ende die ist jetzt hier ne ich hab doch getankt mit dem na der tank hat nicht noch den zweiten Charge ich weiß ich hab auch ein bisschen die D ja ich würde einfach mal rausgehen ihr seid doch so Opferkinder da schwierig zu dodgen muss ich euch schon recht geben ne ich weiß nicht glüht alles ja ja muss man den hier angreifen ne kommt wieder warte dann was ist denn die rauskommen oh irgendwie irgendwann nicht nach dem grade ich springe du wiederholst dich ja ich war und darf ich jetzt nicht mehr weißt du beim Flamen kann ich dich ja verstehen wenn du sagst hör mal jetzt auf zu Flamen und so weiter jetzt bin ich einmal begeistert vom Spiel und wiederhole mich zwar aber ja ja jetzt hab ich nur neue Fähigkeiten bekommen ja ich auch den Augenstrahl bekommen wie ein Alex was macht der Pssst weil da verwandelt man sich wohl WTF das haben wir der Augenkrebs das war aber vorher nicht so vorher hast du nur so ein Eyebeam gemacht oder? ich weiß es nicht hast du dich nicht extra so verwandelt mega der cooldown auch drauf wir müssen einfach abgeben ne naja ich fahr die Hände hin ich mag ich find die könnten für Demon Hunter die Karte die momentan so hier drin ist auch lassen schön grün ja schön grün und ein bisschen skillvoll dann musst du nicht dann musst du wenigstens so ein bisschen gucken was du machst ich glaub immer nicht dass sie das so lässt glaub leider auch nicht na wir haben ein paar mal viele Mobs aggro heiliger beam alter wieviel Schaden hat das bei dir gemacht jetzt? du hast den Hammer weggefetzt ich hab da gar nicht drauf gedrückt es war irgendwie anders so oh das ist noch nicht vertont doch was ist vertont alter? ach da muss man einen Topf drücken ja jetzt ist ich kümmere mich persönlich um ihren anderen dann gehst du nur zur Hälfte vertont auf deutsch jetzt nur einen PC redet der andere ist nicht ja genau das war auch im englischen ziemlich oft ok das beste ist Placeholder Video hier wo nur schwarze Walden kommt und Inhalten viel Spaß damit jetzt ich hab das Video hier abgebrochen so ist ja hammer sinnlos ich will mir die schon angucken ja das da grad ist aber hammer sinnlos man kann auch lesen ich kann nicht lesen ok uuuh Fehlermeldung wenn ich mein komm äh Charakterfenster aufrufen kommen nur Fehlermeldungen oh der Deutschen Klein glaub ich Lua-Fehler 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 ja die Lua-Fehler kommt viel vom Deutschen Klein da macht der Englisch schon ein paar ja im Deutschen Klein hab ich auch öfter mal das ist nur der Platon oder nicht mehr ne 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 erst mal nur weiter das hier ist nur wieder für die Schuhe ja hier muss ich Sachen anklicken und der Bonus ist das das nur die Bonus Ziele wo du mit dir die unsere Prozent erhöht ich mein können wir machen die gibt eine B oh ich hab keine ich hab keine Dings mehr an keinen Rock ne große mit der neuen Hose ja warte ich will jetzt mal wissen wie ich schnell hau den Mob da vorne mal nicht ich will gucken was der Eyebeam jetzt macht what instant weg er brät einfach alles ja wir haben ein großes Problem was passiert hier was hast du sogar das oberste geklickt ich hab ihn weggebraten keine Ahnung ich hab's nicht gelesen ich hab ihn einfach weggebraten na ich hab ihn auch gebraten keine Ehre oh ich will dass Legion jetzt rauskommt mit dem schwulen Demon hat na doch gar nicht mehr lange überhaupt nicht eigentlich ist es wirklich nicht mehr so lange aber warte mal ach schaltet ihre Stabilisatoren aus back from the spoiler ohhh der Eyebeam dreht echt richtig los crazy shit was der Eyebeam dreht richtig los mhm mhm oh ich hab ne neue Fähigkeit was macht das ach Interrupt das ist ja mal was Neues duuuu das ist noch irgendwas da vorne machen really Elias getötet und Macht übernommen ich muss doch nichts mehr machen ich muss nur noch abgeben Zweigast ja wieso muss wieso ja ich muss hier noch was machen wow den Penner da umhacken Elias getötet und Macht ja aber ich hab's nicht bekommen ich muss nur den looten oder so ein Käse ich weiß es nicht und Macht übernommen ja kann sein dann hab ich die nicht gelootet und die Macht nicht übernommen oder so ich weiß es nicht ich liebe die Wardrobe die ist echt nice oh du dass du noch gar nichts machen kannst damit kommen ja ist ne mega verpackt Alter wie der los dreht der Eyebeam das ist ja nicht normal das ist ja nicht normal du nö man muss gar nichts machen ich hab's einfach nur nicht abbekommen von geile Sache ich hab auch gestern als ich mit Alex gespielt habe wir haben die Ligen Vorkage gemacht ne mhm da ist so ein Mob der dann kommt und dann fightet die Allianz und die Horde gegen diesen riesigen Fuckpimmel so aber ich charge den an ne ich bin quer durch die Welt geflogen und hab das Connect bekommen ja das hab ich noch mitbekommen ja oh das sieht hammer nice aus hier mhm dieses Raumschiff da oben auch da wo ich jetzt sind guck man so ein riesiger fliegender Penis wo ist denn hier ein Raumschiff ah da oben lol oh Gott er kommt ok die Legion meint es ernst sie setzen ihre Verwüster ein wir haben es gerade so geschafft hardcore dodging hier einfach durchrennen ah nein ich hab gefressen seid ihr blind Feuer schon wieder einen abbekommen aber das ist weil du die alle vor mir triggerst dann lauf ich dann im nachhinein rein ja ich wart ja schon ok hier ist die vorbei oder wow ja es ist so nice shit dude hallo dude du 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 ihr habt es geschafft die wut die auf einmal lädt hier drilladen leute ja erst einen druck vom Demon Hunter ist echt super man hat euch nur wenig fähigkeiten ja klar aber das war ja beim ding ist auch nicht anders als hier ich hab sie informiert oh mutter schastra sieht nur so aus und drohen mutter malika ist dasselbe model hier drüben steht auch ich weiß ich nicht Lady Vashish oh guck mal Kattura ich weiß da steht er Katusche es gibt kein höheres Spiel als Vermichtung der Legionen sprecht mit den Jays er hat richtig geraged irgendwann hat es auch nur noch genannt er war so salty man wir haben wenigstens keine zehn Euro ausgegeben und den umbenannt ja das wir auch dann hätten wir dich richtig geflamen so wie Maru ja Alter darauf wollte ich hinaus klar deswegen habe ich es gesagt achso man sollte irgendwas benutzen achso die ist unsichtbar gucken wahrscheinlich ich hab halt Namen und aussehen sei es hat das Wort geändert da stehen drei Leute und oh fuck ich bin Vacation fuck und unserer Vernichtung steht lasst euch wow beim AI-EI-E bei äh äh bei� I-E-E i-beam I-beam Man werden nicht entkommen Illidari Angriff ... Angriff Macht das Chargen, macht das Schaden beim Durchchargen? Ja klar, ja, anything here 12.000 Ja, nice Das soll irgendwie dann skillen, das ist irgendwie 100% Gritschum Ja, aber das ist ja hammergeil, das ist ja nachher safe deiner E Meinst du, dass du dahin und her chargst? Was? Meinst du, dass du für AE dahin und her chargst? Ich glaube ja, mhm Du hast ja nachher auch diesen Kreuz Charged, weißt du? I don't know Ich schätze schon, du machst da diesen Charge Charge, Eyebeam eventuell halt auch, der macht ja auch AE Wo geht's lang? Geh lang Zum großen Vagina, Guldan-Vagina hier oben Der Mob ist grad tot Oh, warte, warte, bleib da stehen, bleib da stehen Ich bin schon, oder was? Oh, Duelle sind hier nicht gestartet Oh, das ist sad, man Feels bad, man Warum sind hier zum Beispiel keine Duelle gestartet? Das macht überhaupt keinen Sinn Mach's auch nicht Henry hat der goldene Gator Hey Arnold Hm Man startet hier mit 250 Gold, startet jeder Demon Hunter nachher auch mit 250 Gold Dann erstelle ich mir jemanden an den Hunter und schicke mir immer das Gold Ja, das lohnt sich bestimmt Ja Ja Alter Ja 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 Fertig? Raus? Oh hier liegt da irgendwas Kein treasure Oh Epic Oh du wichst ja eben nur blau bekommen Ah haaa Dafür krieg ich episch im live dann Ok Ich mag Klebe werfen jetzt hier Das ist wieder so ein treasure Wir haben mittend auf dem Wega Gesundheitssteine Vier Stück Na herzlichen Glückwunsch NIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIS Das waren Stacking hier auf den Okay, willst mal was sehen? TÜÜÜÜÜß Oh! Ich hab zu spät geglimmt Pack mal ein Wenn sie aufs die.. wenn sie das sind Die wirklichen Gesundheitssteine, dann jetzt erst im Ender und die stacken die auch nicht so. Ne, das sind Gesundheitssteine der Legium. Oh, Lua fehl ab. Oh, Lua fehl ab. Oh ja, hab ich jetzt auch. Oh! Hammergeil, oder? Lass uns mal erst mal da rüber. Guck mal da rüber. Einfach hinscharchen? Hi Frodo! Wo? Einfach dahin fahren, ja. Boah, ich hab ne Klebe geworfen, aus Versehen. Das ist ja neil. Boah, ich hab jetzt permanent Lua fehl ab. Lua fehl ab, weil die dieser NPC hier glaub ich redet. Lua fehl ab. Oh, ich hab Level ab. Ich bin 99. Hallo. Talentik, steht da. Ich kann Talente jetzt. Oh ja. 99, das erste Talent, was geht denn da? Erhöht den Kredite von Teufelsrausch. Was war Teufelsrausch jetzt? Oh, das ist das Rumfliegen. 100 Prozent, wenn Teufelsrausch mindestens ein Ziel schafft. Hab ich schon, das geht? Ich hab einfach geklickt. Ja, man kann momentan einfach hin und her klicken. Ich weiß nicht, ob's, ob's so live geht, weil das fände ich ja mal geil, weil die Bücher kaufen, wir haben ja eh jetzt nur. Bücher gibt's aber noch zumindest. Ich zeig dir zu dem 25-Jährten. Airstrike has a chance to spawn a lesser soulfragment and consuming any soulfragment against 30 fury. Ja. Erhöht die Effekte von Augenstrahl um 50 Prozent. Alter, kriegst du richtig den AI-B. Aber ich will das, ich will das Charge damit machen. So, ich hab uns ne Spinner geskillt. Äh geholt. Oh, Alter, diese Lua-Fehler hat er mal. Ich versuch mal Reload-Oi. Wieso kann ich gar keine Befehle machen? Das geht alles nicht. RL geht nicht, Reload-Oi geht nicht, gar nichts gegen. Lash-Reload. Reload geht? Ja. Nein. Weiß auch nicht warum, aber ja. Geht. Ja, gehen wir auch. Muss'n wir ja noch machen. Da oben ist ein Re-Mob. Wo? Auf der Map, siehst du? König Foras? Der Judenstern. Alter, das mit dem Charge das ist Hammer, gell? B-Werfen. Wuhuuu! Eie beam! Okay, der ist wie ein Hunter ganz ernst. Was blauß? Na ja. Okay. Oh, es gibt wieder C-Sthulte für den Schurken. Ja, was? C-Sthulte? Ja, der macht 100 Energie für den Kult. Siehst der schon immer C-Sthulte? Fistel, Fistriale, Süße. Boah, macht das Schaden, der Charge jetzt. Hast du geskillt, dass es skrittet? Ja, ich bin gerade durch drei Mobs durchgefahren, das hat bei jedem 30k, bei jedem Charge, hin und her, alle waren tot. Da müssen wir irgendwelche Verwüster töten. Jaja. Das hatte ich auch geskillt, das müssen wir weiter da stellen. Hammer. Immer. Wer levelt eigentlich mit mir im Moment Demon Hunter mit? Bist du ja, nur hier zwei Stunden oder wie lange geht der Spaß so? Stunde. Ach ja, nur ob jemand mitleveln will, wenn es dann rauskommt oder nicht. Ich wusste nur nicht, ob ich Demon Hunter spielen will. Der Patch rauskommt, wenn wir gerne das leveln, wenn es vorher ist. Ja. Was anderes geht es mir ja gerne um den... Ich will danach, das will ich ja eh, ich will einfach nochmal ein paar Innies gehen, wenn dann die noch zwei Wochen Zeit sind, kann man ja einfach noch Innies gehen oder... Hm. Du willst transmoggear-farm gibst doch zu. Pfff. Why not? Mach zu, dass du das auch willst, dann demnächst, ne? Boah, mach das eigentlich. Das ist safe deiner Eder. Boah, wisch. Alles tut, alles tut. Boah. Wo müssen wir denn hier hin? Da vorne, man. Diese Pillermann-Kanone wieder anklicken mit der... Und dann siehst du geradeaus, wo ich drauf zuläufe, siehst du ganz hinten, siehst du die nächste Kanone, die wir machen. Aufmuten? Was ist los? Glaublich. Bäwe-Werfen gefällt mir auch, keine Ah-ja. Demon Hunter confirm, wirklich bei mir jetzt. Boah, Bäwe-Werfen. Bäwe-Werfen gefällt mir auch keine Ah-ja. Demon Hunter confirm, wirklich bei mir jetzt. Lass mich doch und das war nicht hin um die Ohren um die Kurven fliegen ist aber Alex 9 9 auch wenn es auch noch nicht auf die Kirche in der Klinik Oder hat das funktioniert? Nein. Wird ja angeschimmelt. Was kommt da denn alles? Wee! Wee! Fast alles so. Einmal reingecharcht, einmal rausgecharcht, was ist alles? Das kann es doch nicht sein. Holy blood! Gut! Komm mal her! Guck mal! Guck, guck, guck mir, guck mir genau in die Augen und... Gefährlich. Das ist auch hammergeil animiert eigentlich. Wenn ich mich erinnere, wie scheiße diese hässliche Pimmelfacke vom Warlock der Illidan da aussieht. Pfff! Verschwindet! Der Fondiant gehört mir! Was passiert jetzt? Meine Geheimnisse werden euch verschlingen! Ich seh jetzt schon unseren Weltländer schreien. Nicht schon wieder rumchargen! Geheimnisse, meine Königin! Bring mir den Fondiant zurück, meine Diener! Das wäre keine Klasse für Alex hier. Er wird dauernd irgendwo reinfallen mit seinem Charge. Ich weiß nur du und Worry Charge und hüpfen. Elegon! Das war mein Lieblings-Boss mit dir. Ciao! Oh! Ich schaff das schon aufs Rausgüpfe und dann viele und viele und viel. Alex kann das halt. Ja das Schlimme ist, dass Schurke jetzt auch einen Jump hat, ne? Echt? Der 1 zu 1 Jump ist das 1 zu 1 ist dasselbe. Nur der Outlaw. Ja. Wir müssen mal sehen wie viel Slows der komische Melee Hunter hat. Eingwie so auf 10 Knöpfen sind irgendwo Slows drin. So Machine. Und äh, der Melee Hunter hat übrigens keinen Charge. Der Melee Hunter hat einen zu dem Gegner sich hinziehen. Das war auch hammergeil. Blitzcrank, Anti-Blit, äh, Reverse Blitzcrank. Ja. Reverse Decay. Nicht du ziehst den Gegner zu dir, sondern du ziehst dich dahin. Der Spell Reflect Decay. Das gab's ja schon immer. Spell Reflect Decay ist das ja eigentlich nur. Ja im Grunde. Ich komme euch zu Hilfe. Ob man das hier scheint. Nein! Ich sag nix dazu. Ich sag dazu nix. Ich hab gehofft ich schaff's doch mit dem Mount. Das war knapp. Das Schlimme ist, ich bin, ich kann die nicht mehr aufmachen. Ich habe alles geopfert. Aus jeder anbrennenden Legion. Ich habe alles geopfert. Was habt ihr aufgegeben? Ich versteh auch nicht, was das fürn Sinn macht, dass man ja gleich wieder neues Zeug bekommen hat. Ja, das war beim Decay ja auch so. Ja, das machte mal echt keinen Sinn. Ja, Belohnungssystem. Darum geht's ja. Die Leute wollen ja was haben. Hundert Euro, wenn die Leute meckern. Äh, wie, wie, da gibt's keine neuen Items. Hundert Euro gebe ich dir doch auch, dass das so weh. Dann was müssen wir hier machen? Die Lore. Die Leute leeren. crainer, die Leute leeren. Muss die Lore dir reinziehen. Oder hat das überhaupt noch... noch etwas väuer? Nein, ich glaub ich krieg dieser das aber theat Entere müssen... 演 Auss Ethel Welch Damage hab ich genommen? Naja. Aja 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 Aja. Müssen Manne irgendwas lernen man, wo ist denn der? Musst irgendwelche Leute lernen. Ah links. Links ist er. Nach mir fertig. Hä? Was ich denn hier machen? Alari will er? Die Leute alle anlabern mann, die stehen hier alle direkt da und einer steht hier links am Zelt wo ich jetzt stehe. So ist das, was wir hier machen. Ah, so wie der die Bemalung hat, der Typ vor mir hier, der Odo-Odo-Diet. Die Bemalung ungefähr will ich dann auch in Rot haben und dann mit den roten Augen und den lila Haaren. Wo ist denn der Alari-Typ da? Sind hier alle. Ich habe sie, bei mir sind sie weg. Ah, der da. Ah, nice. Ich flieg weg. Tschüss. Tschüss. Ich mit einem haben mal kleinen Hendrik. Warte. Ich frag den mal kurz, machst du auch gute Videos und bist hässlich? Ja, er nickt, er nickt. Ah, los, auf in die Lüfte. Rauf in die Lüfte, die laufen einfach mit Fahnen weg. Was? Was? Ich flieg jetzt zur DK-Feste 2.0 oder so grad. Tja, was ist denn das denn viel? Kleiner YouTube-Hendrik, hä? Hammergeil, ich will den als Petter haben. Als Flugball. Das ist ein Gargoyle-Ingobert hier, Mann. Ja? Das gefällt mir. Das gefällt mir hier in der Feste, irgendwie diese Ordnung. Holy shit. Ich warte mal auf dich. Das ist mir jetzt, holy shit. Ich hab gerade einmal alle Buffs bekommen von dem einen Buff-Ding hier mit dem Schurken. Das ist so krass. 40% erhöhte Energie-Renegration. Äh, jeder Attacke macht einen Kombo-Punkt extra. 3% Leben jede Sekunde. Finisher-Moves kriegen, 40% Crit erhöht und 40% schneller Attacke-Speed. Das ist so über Port. Wir müssen das Portal zum schwarzen Tempel sichern, sobald die anderen hier eintreffen. Fucker. Schnell. Kain hat bereits mit dem Angriff auf Durana begonnen. Was müssen wir machen? Wann? Zargaritin-Schlüsselstein brauchen wir. Oh, da, Mob. Was ist denn, wenn wir eine neue Fichte? Oh, was ist denn jetzt? Ich bin Ingobert. Hast du den auch zum Ingobert gemacht? Ja. Ingobert macht Ivin! Achso, das ist der 5-Minuten-Damage-Pulldown, oder was? Ah, ich verstehe. Hä? Was hier? Muss man sie jetzt suchen, mit dem Auge? Wahrscheinlich. Nö, nö, ich sehe sie nicht. Gibt's nicht mehr. Hier ist weg. Das ist ja ganz schön lange, in diesem CD. Ja. Wie lange war das jetzt? 30 Sekunden. Kannst du dich auch suchen, war dein 30 Sekunden-CD? Wieder weg. Komm mal. Ah! die etwa ein doch auch aus der luker das geht jetzt es darf geben ich weiß nur nicht wo sucht den Weg nach unten, da müssen wir runter marschieren mein leben lief einzig den untergang der brennenden legion und du? ja ich kann es abgeben, ich kann es abgeben und jetzt steht man hier und darf die loa angucken glaube ich ja jetzt kriegt man nur der quest dadurch tue ich irgendein portal was? achso da vorne steht der vorhin nein enden jetzt video 10 Jahre 10 Jahre 10 Jahre walk-off dann wars what? ja schaust dir an ist gleich vorbei ja das ist der platzhalter ja es gibt noch einen schlimmeren platzhalter oder? weißt du schon wo der extra shift plays heute video nur ein schwarzer balken kommt? das gibt es auch noch hatten wir noch nicht das ist ja schon das ende? ne kommt Teil 2 ich mein von dem stadtgebiet hier da gibt es noch Teil 2 ich kann die gleben manchmal nehmen und manchmal nicht hier links und rechts ja sie leuchten bei mir auch aber ja die sind für die NPCs gekommen leute befreien wie soll ich denn leute befreien? ich muss hier durch die tür den hebel nicht benutzen was machen die leuchte NPCs ja welche NPCs? ich sehe hier niemanden sondern hier raus marschiert hast du dir nicht befreit rechts und links oh ne ah hier kann man leute befreien das sind richtige sägeblätter die man hier bekommen hat aber die modelle sind schon richtig krass von den waffen her der helm gefällt mir nicht ne der helm ist mega dunkel kann man immer noch nicht ausblenden wa? ne ist immer noch verbuggt gut ähm ich wollte gerade ne quest annehmen da wo denn? ist weg? ja der kommt gleich wieder da da hab sie ach da ist noch einer ok wollen wir losgehen da hast du den Rearm up rechts ne? ja hab ich gesehen da geh ich jetzt nicht? wer fehlt mir meine cleve ab ho ich hab unten so ne leiste ich auch ich denk das wir die quest absorpt verlen ich bin hier bei dem er ist es ist wieder hier eingeführt ja quest vor Ort ich hab nicht mehr in er ist noch nicht mehr die 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 das ist die die Oh, das wird zu überfüllt sein an dem Tag, wenn es rauskommt. Ja, du hast ja zwei Wochen Zeit. Ja, ja, aber trotzdem wird es überfüllt sein. Das wird alles allgemein nicht überfüllt sein. Die Startkast wird auch lustig, wo du die Kacke da anflecken musst. Die Portale und die Menschen fahren. Kann man eigentlich auch mit S-Rückwärts chargen? Kann ich mal was probieren? Nein. Nope. Alter, woher schießt der Typ? Naja, du chargst immer nach vorne. Ja, sei ja, nope. Morgen kannst du nämlich auch nach hinten rollen. Ja, ja, ja gut, aber dann krieg ich mich halt um und fahr dann nach hinten. Nö. Willst du es machen? Alter, schlag die MDR Legion. Null von eine Milliarde treibt. Eingegger hat die Dari befreit. Ich muss dir Leute befreien. Was ist denn du? Ich muss mich hinter dir oder so, neben dir. Ich würde mich freuen über Allianz, wirklich dann jetzt auch, weil mir Nachtelf so gefällt. Gnome Hunter gefällt mir auch. Ey, Gnome Hunter ist cool. Musst du wissen. Ey, Stöpsel Hunter ist mega. Ey, PvP, Mann. Ja, ist aber geil. Da stehe ich im Busch, da sieht mich keiner. Ja, ja. Und dann macht er einfach so, Piu. Piu, Piu, irgendwas beschädigt mich. Piu, Piu. Und dann kommt der, Alter, dann kommt Alex, der Innenwismung. Na gut, der spielt nie mit PvP, verdammt. Alex, hast du schon entschieden, Allianz, oder? Bist du Afghan oder mute? Ja, leider. Das geht echt fix, ne? Muss das auch jetzt zu Ende sein. Eine Wächterin hat mich verraten. Ich zitterte gerade richtig voll, weil ich seit, das erste Mal seit Monaten wieder mal ein PvP-Erlebnis zu PC hatte. Wuuu. Ach, zittert er richtig. Oh, ich hab ihn getötet. Ja, das ist halt Adrenalin vor. Ist das Pili-Man? Oh, 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 Pili-Man! Alter, glüht die Rüstung von den Jübnern. Die Rüstung von den Jübnern. Ich hab die gerade in der M4 ge-one-shotet irgendwie. Ein Hit und der ist umgefallen. Ja, war wahrscheinlich schon angeschlagen. Ja, keine Ahnung. Ihr gehört dann zur Legion! Puh! Und weg ist die Lidane. Der kaputt gemacht. Hä? Weiß ich auch nicht. Ich würde mich ja freuen, wenn's vertont ist, dann irgendwann. Aha. Ja, dann wird's ja vertont sein. Naja, klar. Ich glaube, mein Guldan muss ja Endpost vom nächsten ändern werden. WB. Hast du dich schon entschieden? Horda oder Allianz? Ich hab grad schon sehr nett gesagt. Ich würd mich so über Allianz freuen. Hängt das bei dir auch irgendwie an? Ah, ne, jetzt geht's noch. Ne, da kommen so drei NPCs noch. Ich hab doch gesagt, wenn das wirklich so mit dem Güldentransfer dann klappt, dann können wir das ruhig darüber nicht das ganze Geld rübernehmen können. Dann können wir das schon machen. Weil das ist, äh, keine Ahnung, weiblicher Nachtelf-Wubbelwubbel hier ist Hammerhart, geil. Oh, jetzt kommen da Viecher raus. Jedes Mal, wenn ich diese komische Schatten-Mite da sehe, denk ich nur an den ersten Elitern-Kill von uns. NPC den Last-Kill gemacht hat. NP, Alter, NP. Hat der eine bei dir auch keine Waffen in der Hand dann? Der haut einfach so mit dem Fäuchten. Du meinst, bei mir ist alles despawned und ich steh jetzt hier und die Mobs sind nicht da. Naja, gut. Hammergut nach dem Video. Die kämpfen, auf einmal alles despawned. Ah, man kann ja das dritte Mal einfach Leertaste drücken, dann macht er das Gleiten automatisch. Ich dachte, man müsse direkt da drauf bringen. Wow. Wow, das nächste jetzt. Ja. Boah, wie soll ich wissen, dass der ist? Der ist ja kein Double-Dim, der hat schon fast Triple-Dim. Fünf Minuten guter. Ich hab endlich einen Weg gefunden, wie man auch während dem Phasing Backzeug so ziemlich klassisch kommt. Es gibt so irgendwie, es gibt noch andere Eingänge außer denen. Da ist so ein NPC auch an Labern und dann so ein Toffzug. Und die NPCs phasen da erst nach zwei, drei Sekunden. Boah, auf einmal kriegst du so mega viel in die Leiste geworfen. Da hast du grad ne Pfütze hingeschissen. Oh ja. Ja und das ist der AE, alles klar. Oh du kannst sogar noch, du hast sogar noch so'n Backwards-Jump. Da, das ist der AE, dieses, dieses Reh-Mega-Charge-Stick. Alter, der Demon Hunter ist echt mega fucking awesome Scheiße. Das sind alles, was... Jetzt hör mir auf den... Hallo, wir bewerben uns bei euch. Wir spielen Demon Hunter, Demon Hunter und, äh, Schurke. Ja, gut. Ja, Gott ey, mal gucken. Was ist die für ein Nachtelfen Volksfähigkeit? Weiß nicht mehr, vielleicht raide ich dann auch gar nicht. Wenn man auch wusste. Raidest du jetzt auf einmal nicht mal mehr mehr? What the fuck? Was ist passiert? Du hast links ne Truhe vergessen. Ja, ist mega bewusst. Raidest du denn jetzt nicht mal mehr? Jetzt, jetzt macht... Ich weiß es nur nicht. Gucke. Jetzt macht er den Nox. Gleich ist er weg. A1, Z1 ruft. Hallo, warum disfraunt der einfach? Fliegt auf eurer vampirischen Teufelsfiedermaus zum oberen Teil. Äh, laufen wir jetzt richtig oder gehen wir gerade mega back? Hallo? Weiß es nicht, sag ich. Okay. Wir haben nur einen Talentpunkt. Oh ja. Reduce is the cooldown of Vengeful. Wenn wir übrigens noch einen neuen Button bekommen. Dann drücke ich noch einmal drauf. Das ist Vengeful, mann. Oberrein. Oh! Oh. Ah, ist das auch Henrik? Wo müssen wir jetzt hin, Henrik? Theoretisch hier oben irgendwo. Da ist so eine Fledermaster oben. Du wärst da gerade fast in das Stück Scheiße gefahren. Ach was! Ich flieg hier einfach los mit dem Gerät. Hiddo! Auf euch wartet nur der Tod. Jetzt hab ich aber Angst. Doch der LfR wartet. No! Man ist sogar über Level 100, wenn man hier rausgeht. Wie gut er fährt. Als wir uns nicht wiedersehen, sich der Untergang der brennenden Legion. Vertraut auf Wüten! Denkt immer daran, es gibt kein Hürde! Wie ging es denn nach geradeaus und nach rechts, oder was? Hm, sieht so aus. Warum werden meine Quests eigentlich nicht mehr verfolgt? Ja, meine auch nichts für Buggt. Ja. Alter, diese Mobility von diesem Homo-Hero. Hui! Hui! Charge, Charge, rückwärts Charge. Geil, Mann. Ist ja die Frage, ob er mega squishy wird am Ende, oder nicht? Ja, von mir aus, Alter. Ich mach dich trotzdem kaputt. Und... Hui! Hui! Was ist das denn nochmal für ein Button? Imprisoned Demon... Achso, da kam... Ah, okay, verstanden. Ist nicht so wichtig. Komm dann. Pütze! Das ist ein mega geil, der Fulldown, Mann. Was, Dev? Hab mal durchgelesen, was der macht. Nee. 30% weniger Chance, dich zu hitten mit Spells und Meme. Nein... Huh! Prosen's nicht mehr. Ich hab ihn jetzt im Prosen. Prosen's nicht mehr. Prosen's nicht mehr. Prosen's nicht mehr. Oh, da, hey. Der da. U-chuu, tschuu, tschuu! Uuu! Ja, gegen stinken die ganzen anderen Klassen ganz schön ab, ey. Ah, abstinken ist übertragend. Er hat so viele coole Animationen und so'n Schüssel. Vorry ist auch hammergeil. Ja, das kommt dir jetzt, weil er so neu ist. Das kommt dir, glaube ich, ein bisschen so vor, Mann. Ich weiß nicht, der Melee Hunter ist ja auch neu, aber... Die haben jeden überarbeitet. Der Vorry Jump sieht jetzt hammergeil aus und so weiter. Also, das ist, Henrik, ist gerade auch nur geflasht, weil neu. Neu ist immer besser. Gerade bei WoW, zehn Jahre altes Gondel. Das ist mein... Animationsmäßig habe ich mich jetzt beim Schurken auch nicht bisher beschwert. Die haben alles großteils neu gemacht hier. Nur Sounds, nur Animationen, alles Schüssiger. Dann kannst du gleich in deine Bewerbung reinschreiben. Ich habe Erfahrung mit dem Demon Hunter Sight Beat. Ich kenne mich supergut aus. Oh, der wird nicht reich. Sowohl zahm er schwarz. Ne, das macht schon einen Unterschied. So ist, wenn du mehr gespielt hast. Ja, klar. Dann mach ich ja nur so drei Schaden an, ne? Ich auch. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Hier lässt sich ausweichen. Warte mal, da kann man rechtszie- hier kann man was aktivieren. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, das war's. Ja, das war's. Ich weiß, wer keinen Demon Hunter spielt. Das hat er sich wieder gemacht. Er ist nicht mehr auf die Klippe gechargt. Und an der Kante hängen geblieben. Und jetzt schafft er es nicht mehr hoch zu chargen zu mir. Ja, man muss doch die Grenzen ausloten. Äh, nicht schon. Ich bin schon Pro. Mach's so. Warte. Ich fiel den seit Alpha. Du nicht? Hm, nein. Ich fiel für'n Harry Potter Schüssel ab. Wollte ich auf dich warten? Ja, ne? Oh Gott. Krieg noch so'n Sprint oder so? Hm, ein Sprint, Teddy? Ein Dauersprint, wie vom Schurken letztes Addon? Hm, ein Sekunde. Und, und ich möchte, äh, Charge auch noch haben, vom Warby. Link, möchte ich auch noch haben. Und, ja. Reicht. Ist okay dann. Ist okay. Wir müssen hier diese Schissel, dieses Schissel-Säulen anschisseln. Mich hat was gewonshottet. Da kam einfach irgendwas auf mich zu, ich bin entzündet. Gut, ich bin fertig mit der Quest. Ja, ich bin auch fertig. Erretzt mich direkt vor dem Questgeber. Ist wohl geplant. What? Du Wichser! Ja, dann darfst du jetzt auf jemanden. Mein Leben dient einzig dem Untergang der brennenden Legionen. Kann man nicht irgendwann... Jedes Mal, dass die Sehne fehlt, Douglas. Das kotzt mich jetzt auch so an. Warte mal, was ist das? Achso, um Ladebildschirm. Sie ist übrigens schon irgendwie da. Sie ist zu dünn. Wie ich festgestellt habe. Wenn man genau hin, man sieht die Pixel. Wenn man genau hinschaut. Sie ist schon da. Sie ist nur hammerdünn. Ein Pixel groß oder so. Fuck. Genau, das ist das Problem. Weil sie ist da. Ist auch schon hier hoch mit dem Fahrstuhl, Jan? Ja. Ich warte auf den Fahrstuhl. Oh, vielen Dank. MP. Da habe ich extra für dich gesammelt. Tschüss. Wenn das jetzt nicht auf mich hartstuhl, Jan? Warte, du bist ja drauf. Gary Legacy, Dad. Was geht hier? Mussten wir hier raus? Nee, ne? Ich weiß nicht. Ich fahr lieber weiter, bis es aufhört. Kein Dark Souls hier. Ich bin wieder. Oh, geil. Ich bin aber wiederhoben. Ach so, du bist durchs Portal gegangen. Ja, ja. Hier hinter ist eine Truhe. Die habe ich genommen. Geil. Ja, 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 ja. Was? Ja, 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 ja. Müssen wir da hin, wo du langläufst? Ich schätze nicht mal. Wo soll es sonst langgehen? Ich habe keine Ahnung. Ja, dahinten muss ich das Quest abgeben. Du düst mir voll weg. Oh. Tod der Legion. Jetzt hier in den Brunnen kacken los. Ja. Oh, was ist das? Ich habe nur noch einen schwarzen Balken vor meiner Fresse. Tito. Ach, das ist die eigentliche Sicht, wie man nachher spielt, weißt du? Achso, weil du ja die Binde aufhörst. Ja, 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 ja. Oh Gott, wen nimmst du denn? Schurken-Pi-Pi-Pi-Talent, zumindest vom Combat. Äh, ich nehme sonst so. Wenn du in der Nähe von 10 Metern ein Gegner ist, der schneller ist als du, dann wirst du genauso schnell wie für 3 Sekunden 5% schneller als der Gegner. Fuck. Als wenn jemand von dir wegrennt, willst du einfach renn so am Ende her, genauso schnell. Fuck. Bringt dir nix, wenn du keinen Schaden machst. Ach, stimmt, ja. Ich finde es ganz lustig, dass ich jetzt P-VP mit so P-VP-Talenten-Bail linksen und dann P-V-E und P-V-E. Ja, wenn es am Ende funktioniert. Es ist die richtige Entscheidung, weil dauerhaft kam diese Ausrede, wir können das Talent nicht, weil dann ist das nicht mehr in P-V-P. Was ein Bullshit. Na. Wieso tanke ich hier überhaupt den ganzen Tag? Nö. Auch mal Schaden. Nö. Okay. So schmied man die, man kann auch nicht glauben. Wann noch nö. Ich doch nicht. Ich hab gern Damage-Schmied da hin. Mal sehen, wie kackt er. Ah. Wird ja irgendwas an die Leiste geworfen bekommen. Ja. Deathcooldown. Schwimmen. Increase your chance to dodge bei 15 Minuten. Wenn sie heute mit steckenden 35 auch haben. Mal krank mit dieser, mit der Kacke-Wurst-Wulke, die du dir hinlegst. Ähm. Und jetzt? Achso. Hatka. Ach, da ist er leider, bitte. Oh, man kommt von Karasan raus, oder? Wo siehst du denn ne Sehne? Ich seh da keine Sehne. Alex hat Hallus. Bist du ne Sehne bei dem Bogen von Zubalas? Ja, nur oben sehen, sondern ganz klein. Und du siehst, da muss ich hier nur die Lumpen rausholen, Alter. Ja, wir sind durch, und wir sind da dran. Das war mal unter einer Stunde, gg. Aber war ganz gut. Demon Hunter, mein Fazit, super. Mach doch nicht klar. Fick die anderen Klasse, ich lösche jetzt alle meine anderen Schatz. Pfff. 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 Okay, das ist so ein gutes Ende. Hm?